Moin sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Minecraft. Wir sind immer noch dabei ein bisschen mit Redstone rumzueiern. Und ich habe nicht gegoogelt, mir ist noch was eingefallen. Mir ist noch was eingefallen und zwar habe ich gedacht, Alter, wieso soll ich denn hier rum invertieren? Warum mache ich es nicht einheitlich so, dass ich überall eine Redstone-Fackel drunter packe und einfach das ganze aktiv lasse? Und solange aktiv ein Signal kommt, geht es aus. Und wenn das Signal weg ist, geht es auf. Das heißt, ich invertiere lediglich den Schalter. Das bedeutet nur, ich muss es überall einheitlich machen, aber damit wäre das Problem gelöst. Und so werden wir es tun. So werden wir es tun. Ich muss nämlich jetzt einfach nur hier reingehen. Jetzt aktiviere ich halt einfach hier den Schalter. Und wenn er aktiviert ist, geht das Tor zu. So soll es sein, aber es funktioniert nicht. Achso, warte. Ich weiß, warum es nicht geht. So, Tor zu. Und anstatt jetzt hier ewiglich rumzueiern, invertiere ich das unten einfach auch, indem ich unten die gleiche Bautechnik verwende und dort auch einfach Fackeln unter die Türen packe. Viel einfacher. Und das Problem ist gelöst. Und das Problem ist gelöst. Vor allen Dingen kann ich dann immer direkt einen Block drunter buddeln. Das heißt, überhaupt kein Stress. Und so machen wir das jetzt. Bedeutet nur, ich muss hier alles nochmal aufreißen. Aber, das ist es wert. Das ist es wert. So, jetzt müssen wir nur im Kuss gucken, wie wir das tun. Wir machen jetzt das hier weg. Und wir werden nämlich dann jetzt hier unter die Tür, seht ihr, das klappt wunderbar. Viel einfacher. Nur geht es jetzt nicht aus, obwohl es ein Signal hat. Warum nicht? Sie hat doch ein Signal. Ich bin verwirrt. Hä? Was ist denn wieder los? Ich verstehe nicht. Ich verstehe noch nicht. Aber wir werden es gleich noch verstehen. Eines Tages. Eines Tages werde ich Redstone verstehen. So. Ich packe jetzt eine Redstone-Fackel hier hin. Diese Fackel verbinde ich jetzt mal mit dieser Leitung. Und es geht einfach nicht. Hä? Wenn ich sie jetzt wieder wegtue. Leitung ist aktiv. Ist das vielleicht nicht stark genug? Moment. Ich schnall es nicht. Also jetzt bei aller Liebe. Jetzt schnall ich es wirklich nicht. Jetzt, jetzt, jetzt schnall ich es nicht mehr. Das ist doch jetzt genau wie oben. Wieso geht das oben und hier unten jetzt nicht? Das verstehe ich nicht. Okay, jetzt gehen wir nochmal hoch. Jetzt beginnt es mich wirklich wahnsinnig zu machen. Das kann ich jetzt nicht angehen. Nochmal. Das kann ich jetzt ja nicht angehen. Es ist doch genau das gleiche, was ich oben mache. Ich habe eine Fackel. Sie leuchtet. So. Wenn diese Fackel ein Signal bekommt, muss sie ausgehen. Ich gebe mir meinen Schalter nochmal. Das kann ich jetzt nicht angehen. Also das verstehe ich jetzt beim besten Willen nicht. Das klappt da oben auch. Wieso klappt das jetzt hier nicht? Das verstehe ich nicht. Oh nein. Oh, Alter. Ich komme hier nicht raus. So, hier kommt. Wupp. Okay. Kann mir das einer erklären? Also, das kann man jetzt nicht angehen. Let's go. Up. Ich nehme jetzt meinen Schalter nochmal wieder mit hier. Mein Hebel. Ich mache da oben nichts anderes. Ich mache da oben nichts anderes. Und da geht das doch. Da geht das doch. Das kann man jetzt nicht angehen. Das verstehe ich nicht. Okay. Signal kommt. Fackel ist aus. Und gut ist sie, Lucie. Also. Höh. Okay, warte. Ich trenne die Verbindung. So. Ah. Alles klar. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Ich bin doof. Ich bin doof. Ich bin doof. Ich bin doof. Okay. Alles wird gut. Dann hätte das mit meinem Doppel-Invertieren auch funktioniert. Ah. Oh nein. Alter. Warte. Ohne Scheiß. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Oh. Das hätte wunderbar funktioniert. Ich hätte es einfach nur ein drunter machen müssen. Warten Sie. Es klappt. Es wird klappen. Es wird klappen. Es wird klappen. So. Und zwar. Oh fuck. Scheiße. Moment. Jetzt. Fackel hier hin. Und dann Redstone da ran. Oh man. Fuchs. Bist du doof. Aber. Ey. Ich habe es immerhin alleine rausgefunden. So. Warte. Und wenn ich ihn jetzt aktiviere. Schalter ist aus. Tor ist zu. Oder? Jawoll. Schalter wird aktiviert. Tor geht auf. Ja. Geil. Okay. Dann bauen wir das unten doch nicht um. Weil unten ist ja schon. Ach. Scheiße. Unten ist ja schon fertig. Lassen wir es einfach so. Ah. Meine Güte. Klar. Man muss einmal eine Höhe überwinden. Damit die Fackel nicht selber spreadet. Mega easy. Hätte ich drauf kommen können. Boah. Hat ein bisschen gedauert. Aber ich sage mal so. So lernt man es. So lernt man es halt. Weißt du. So lernt man es. Gut. Das wieder weg. Und wir gehen wieder direkt ran. Alter Focko. So. Zack. Wir gehen wieder direkt an den seitlichen. Gehen wieder direkt ran hier. So. So. Wunderbar. Jetzt kann ich den ganzen Kram wieder zubauen. Aber ist egal. Egal. Ich habe was gelernt. Und das ist wichtig. Weißt du. Das ist das Wichtige. So. Leute. Nun geht es aber. Also. Ich würde es in Zukunft aber nicht mehr so machen. Also. Ich würde in Zukunft tatsächlich. Den Weg mit den Fackeln gehen. Da kann man nämlich wunderbar horizontal arbeiten. Das ist echt geil. So. Aber. Zum Testen war es jetzt mal interessant. Alter Focko. Da musst du aber auch erstmal drauf kommen. Klar ey. Distanz überwinden. So. Jetzt ist alles offen. Und nu. Meddeln wir das wieder zu. Und dann sollte es gehen. Ich bin jetzt mal mutig. Und baue das hier auch schon zu. Weil ich glaube. Dass das hundertprozentig läuft. Da mache ich mir jetzt kein. Ups. Da mache ich mir jetzt. Kein Kopf mehr. Die Frage ist. Kann ich da jetzt. Gehe das? Ne. Wird das gehen? Wir werden es ausprobieren. Moment. Mal sehen. Doch. Alter. Wie geil ist denn das? So kann man so richtig platzsparend bauen. Mega gut. Okay. Das ist ja geil. Na das hätte ich mir vorher gründen sollen. Aber egal. Du. Man lernt nie aus. Ne. So. Hier. Wieder dicht machen alles. Mist. Nicht genug. Gras. Wir brauchen noch. Ach. Ein Modderklumpen. Oh. Warte. Doch nicht. Geht mal her den Modder. Das kann. Scheiße. Ich brauche doch noch Birkir. Ich habe die ganze. Ne. Eiche mal nicht. Die ganze Eiche weggeräumt. Weil ich dachte. Du brauchst ja keine mehr. Ja. Doch. Okay. Warte. So. Wie muss es jetzt sein? Zu. Tor. Auf. Ist das geil oder was? Tor zu. Oh. Ich habe es ehrlich verstanden. Oh. Unfassbar. So. Okay. Mit diesem geballten Wissen. Kriegen wir es nun endlich gebacken. Ich hole mir nochmal ein bisschen Eiche. Ach. Komm. Neh mal den Sack mit. Was soll's. Jetzt haben wir ein bisschen Platz im Inventar. Das läuft jetzt. Geil. Gut. Alter. Auf was die ganze Aufnahme-Session gedauert. Unfassbar. Da gucken wir sind immer noch allein ey. Wahnsinn. Samstagmorgen. Es ist jetzt 12 Uhr gleich. Wahrscheinlich alle Mittagessen. Bei mir geht das jetzt auch gleich los. Mit Mittagessen. Zack. Zack. So. Eben checken ob es noch geht. So. Aktivieren. Tor ist offen. Mega gut. Deaktivieren. Tor ist offen. Sehr gut. Okay. Das klappt. Und es ist wunderbar versteckt. Siehst du nix von. So kriegen wir das nämlich hin. Gleiches Spiel machen wir jetzt hier. Wäre wahrscheinlich nicht mal notwendig gewesen. Jetzt das einen nach vorne zu setzen. Weil jetzt mit meiner neuen Technik. Geht es ja. Aber egal. Irgendwie sieht das anders aus. Ist das normaler. Ach. Guck mal. Das war normaler Stein. Okay. So. 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 Wir müssen noch einen weiter. Scheiße. Tja. Mit Glück geht das. Das ist halt echt an der Edge. Muss man einfach sagen. Tür ist auf. Oh. Warte. Geht aber. So. Tür ist auf. Wir sind echt hart an der Edge. Das wird so nix. Warte. Wir müssen das ein bisschen. Wir müssen das erstmal nach innen ziehen. Ich hab keinen Modder mehr dabei. Das hat man davon, wenn man immer alles wieder weg. Räumt. So. Erde. Wieder hin tun. Wir müssen jetzt mal schauen. Und zwar. Am besten jeweils seitlich einen weg. Ja. Echt scheiße. So. Dann müssen wir nämlich jetzt hier Redstone erstmal langlegen. So. 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 Das legen wir ein bisschen weiter nach innen. Das blöde. Viel Platz haben wir nicht. Wir müssen schnell nach unten. Weil hier ja auch wieder der Boden drauf muss. Wie machen wir denn das? Da muss ja der Boden wieder hin. Weißt du? Das geht ja gar nicht. Wir müssen eigentlich seitlich weg. Und seitlich weg geht nicht. Jetzt müssen wir mal von außen gucken. Moment. Jetzt wird es echt problematisch. Jetzt wird es problematisch. Da wird nicht so einfach. Also das geht hier ja. Das kriegen wir ja hin. Aber ich muss ja hier das auch wieder zumachen. Und das heißt wir müssen da außen ran. Na gut. Da können wir von unten aber Erde gegenballern. Das geht. Das machen wir einfach. Das ist kein Problem. Das sieht auch nicht schlimmer aus oder so. Das kriegen wir hin. Wir müssen halt hier den direkten seitlichen Approach gehen. Leider muss ich jetzt dann den schönen Schnee entsorgen. Wir müssen direkt hier noch einen weiter nach unten. Das ist ja eklig. Das ist ja eklig. Das ist auf der anderen Seite mal auch. Das Loch. Das ist ja eklig. Einfach nur damit man sieht wo es lang geht. Und wo wir runter müssen. Wir müssen nämlich hier eine Stufe noch nach unten. Und das bauen wir am besten von außen. Da brauchen wir jetzt nicht auf der richtigen Seite rum eiern. Da müssen wir unser Modder holen. Gerüst holen und von unten gegen bauen. Anders wird das nix. Heidewitzka. Du hättest gedacht, dass das nochmal so kompliziert wird jetzt hier. Ich dachte, das wird easy. Aber dadurch, dass es so am Rand ist, kommst du da halt echt schlechthin. Das sind immer eine Baugerüste. Habe ich die in meiner Scholker-Kiste? Jo. Sehr gut. Habe ich da einen Modder drin? Nö. Okay, wir nehmen noch ein bisschen Modder mit. So ein Stack muss schon sein. Und dann geht es schon. Dann geht es schon. Dann gehen wir mal wieder hinab. Warte, ich mach mal eben. Ah. Tor ist zu. Ich mach immer die Tür auf, ne? Flup. Geil, oder? Ist das geil, oder ist das geil? Es war etwas leid. Das gebe ich zu. Bis ich es geschnallt habe. Aber. Es ist dafür umso belohnter. Und ich bin ein bisschen stolz, dass ich es nicht gegoogelt. Ich habe angefangen. Ich wollte eben losgoogeln. Und dann ist mir aufgefallen. Warte mal. Warte mal. Klar geht das nicht. Brauchst du noch Distanz. Ja. Siehste mal. Aber ich habe auch kein Problem damit zu googeln. Diese ganze Redstone-Kiste ist halt für mich echt noch ziemlich Neuland. Ist jetzt irgendwie hoch. So. Ist doch scheiße. Warte, wir machen das anders. So. Ich werde jetzt hier zwei Gerüste hinstellen. Wupp. Hier zwei Gerüste hinstellen. Und dann geht es schon. So. Wir müssen jetzt. Ja am besten hier hin. Ja eigentlich hätten wir auch mit den Gerüsten hochgekommen. Ja das geht auch. Hier einfach hoch. Hier einfach hoch und dann geht es schon. So. Viel muss ich ja nicht machen. Hier die Schicht runter bauen. Reicht da eine? Ne eigentlich brauchen wir sogar zwei. Doch eine reicht. Doch eine reicht. Eine reicht. Ja es wird ein bisschen kacke aussehen. Ja. Machen wir jetzt erstmal so. Da kann man gegebenenfalls später nochmal von außen ran und schauen, dass man das noch ein bisschen hübscher hinkriegt. Weil das wird man jetzt natürlich schon deutlich sehen. Also schön ist echt was anderes. Aber naja ist ja erstmal besser als nix ne. Was ist hier los? Irgendwelche Notdienstkisten? Nöp. Alles klar. Immer gut. Hinauf. Zack. Okay. Gut. Damit können wir erstmal arbeiten. So. Wir können wieder hoch. Durch meine geöffnete Tür. Ist das nicht irre? Ist das nicht irre? Mega gut. Na dann mal los. Die Klingel müssen wir auch noch bauen. Die fehlt auch noch. Muss auch wieder hin. So. Erstmal hoch. Okay. Jetzt müssen wir nämlich hier eine Stufe tiefer. Und dann können wir nämlich so... Ach das ist auch nix. Unfassbar. Okay. Warte. So. Hier müssen wir dann gucken, wie wir das verdecken. Vielleicht geht das aber auch... Warte mal. Wenn ich jetzt hier... Wir das hier hin tun. Und da ein Signal drauf geben. Oh. Scheiße. Kacke. Warte. Ich bin ja schlau. RP. TP. Fuchsturm. Ja, ja. Manchmal muss man auch mal sich... Telefuzieren. Habe ich meinen Hebel noch? Ja. Immer kurz gucken. Geht das? Jo. Okay, das geht. Wunderbar. Dann kann ich das nämlich so verstecken, oder? Ja, ja. Das klappt. No, das klappt. Wird zwar ein bisschen eklig jetzt. Aber das kriegen wir hin. Und dann müssen wir nämlich... Zum Invertieren noch einen tiefer. Aber das kriegen wir hin. Das schaffen wir. Ich bin da guter Dinge. Okay. So, aber jetzt machen wir erstmal einen kurzen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch bitte eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken.